Begrüßung liebe Leute, wir sind immer noch bei The Bavarian, aktuelle Nachrichten aus aller Welt, schnell, zuverlässig und neutral. Sarah Hamilton exklusiv, er lebt noch weitere 25 Jahre im Geheimen. Ach das könnt ihr selber lesen, wenn ihr das Video anhaltet. Und jetzt? Wer hat den Kaffeefleck gemacht? Nee, lassen wir es. Jetzt klicken wir mal hier drauf. Schön, Sie wiederzusehen, Ludwig. Auch wenn die Umstände etwas mysteriös sind. Warum konnten Sie uns nicht sagen, worum es geht? Warum dieses heimliche Treffen an der Marienbrücke? Erst einmal vielen Dank, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Nachdem sich die dramatischen Ereignisse nun etwas beruhigt haben, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Nun, liebe Güte, die ganze Heimlichtuerei für eine Geschichtsschunde? Nur die Ruhe, Wolfgang. Jetzt sind wir schon hier. Erzählen Sie Ihre Geschichte, Ludwig. Danke, Frau Hamilton. Ich komme auch gleich zur Sache. Sehen Sie, mein Vorfahr hat mir diesen Schlüssel zusammen mit einer Botschaft hinterlassen. Dieser Schlüssel bewahrt ein großes Geheimnis und wird unserem Geschlecht in größter Not helfen. Bis heute weiß ich nicht, was er damit gemeint hat. Mit der Entdeckung von Ludwigs Unterreich liegt allerdings die Vermutung nahe, dass der Schlüssel zu einer Tür unten in den Gewölben passen könnte. Sie möchten also, dass wir die Gewölbe noch einmal unter die Lupe nehmen und nach etwas Ausschau halten, was dieser Schlüssel öffnen könnte? Ganz genau. Hier, nehmen Sie den Schlüssel. Passen Sie auf sich auf. Die Gewölbe sind immer noch nicht ganz gesichert. Ja! Guck auf Schlüssel. Auf Schlüssel ist interessant. Das Symbol im Heft habe ich schon mal auf Abbildungen zu den Kreuzzügen gesehen. Eventuell im Zusammenhang mit einem Ritterorden. Ein Ritterorden? Hm. Wurde Neuschwanstein nicht auf den Ruinen einer mittelalterlichen Burg errichtet? Das stimmt. Wobei man eigentlich davon ausging, dass die Ruine aus einer Zeit lange nach den Kreuzzügen stammt. Trotzdem vielleicht ein Anhaltspunkt. Also, starten wir unsere Suche in den Gewölben? Ja, aber das könnte schwierig werden. Da drin ist es sicher immer noch stockfinster. Du musstest ja den Generator in einem Akt von Vandalismus mit der kostbaren Flasche Chateau Margot ruinieren. Du traust der Flasche immer noch nach? Naja, nach dem Rummel waren ja ganze Horden Polizei und Historiker in den Gewölben. Sie werden das schon notdürftig repariert haben. Hallo Sarah. Das sind ja überwältigende Neuigkeiten. Gratuliere. Deine Story kommt auf die Titelseite. Sobald du mit dem Artikel fertig bist, melde dich unverzüglich bei mir, denn du musst dringend nach Weimar reisen. Dort geschehen ungeheuerliche Dinge. Hochachtungsvoll, James Billings. Herausgeber Fact & Fancy. PS? Ja, ich weiß. Wir müssen dein Honorar neu verhandeln. Ludwig hatte einen Doppelgänger. Und nicht nur das. Ich habe sogar mit seinen Nachfahren gesprochen. Das ist die Story meines Lebens. Die Tatsache, dass Beatrix und Franchetti gemeinsame Sache gemacht und das Schloss geplündert haben, hat Professor Adler tief getroffen. Aber die Anerkennung über den sensationellen Fund wird seine Laune schnell wieder bessern. Ludwig IV. hat uns gebeten, dass wir uns möglichst schnell nochmal mit ihm vor Ort treffen. Was er wohl will? Tja, dass wir den Schlüssel hier benutzen. Ich erinnere mich noch grob an ein Wimmelbild mit dem Skelett. Scheinbar hat die Polizei den Dynamo wieder angeworfen. Ein Glück, ich dachte schon, wir müssten wieder im... Wimmelbild mit dem Skelett. Recyceln. Ja! Das ist eine Bekronung. Eisenring. Etwa die von Sovaco? Bestimmt. Das heißt ja nicht umsonst Sovaco-Modias, Eisenrings. Ironrings, glaube ich. Ja, so hieß die Speckert. Glühender Waldpilz. Das war ein Silberlöffel, kein glühender Waldpilz. Aber man kann auch ein Silberlöffel als glühenden Waldpilz bezeichnen. Äh, das war nicht. Erstmal das Schild. Ach, erstmal den hier wegnehmen. Vorhängeschluss. Ja. Sonnenohr. Ohne Zeiger, ist die Sonne und nützlos. Da hab ich einen Zeiger und einen Elementar. Nö. Da ist ein Deutsch. Da ist ein Deutsch. Da ist kein glühender Waldpilz. War das schon wieder der... Das war schon wieder ein Wein. Ach, Mann. Hey, das mit dem Wein ist mir so lange im Kopf geblieben. Das ist... Okay. So, jetzt brauchen wir noch einen Hirschkäfer. Und ein Fossil. Also wenn ich ein Fossil wäre, dann wäre ich tief unter der Erde geworden. Ja, oder ich würde neben so einem komischen Dingens liegen, wo ich nicht mal weiß, was das sein soll. Also der Pilz muss hier offen. Huch. Ah. Ritterschild. Die Brücke ist notdurftig reparieren. Wir sollten aber die Hebel besser in Ruhe lassen. Blablabla. Ah. Die Goldurne. Das ist... Das ist eine süße Maus. Eine Schlange. Ein Jagdmesser. Weil normales Messer nicht genug ist. Eine Totenmaske. Häh. Eine Schaufel. Häh. Das ist ein Tellenergst. Wo ist der andere Teil? Huch. Das war eine Armbrust. Die Weinflasche, ey. So ein Giftflaschen. Eine Schere. Das sieht genauso aus wie die Schere, die bei uns in der Küche liegt. Eine Schaufel und Bayonetta. Eine Schaufel. Das war eine Bayonetta. Sie hat mal kurz einen Gastauftritt. Wenn ich eine Schaufel wäre, wo wäre ich dann? Eine Schaufel. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Aber kein Spaten. Eine Schaufel. Achso. Okay. Pfff. Ich dachte, ich hätte das schon mal angeklickt. Diese Tür haben wir nie aufbekommen. Versorgst du was? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wir sollten ein gut erhaltenes Symbol oder Wappen fotografieren und an einen Kollegen von mir schicken. Der kann es sicher zuordnen. Was hier vielleicht? Nö. Ein Ritterschwert. Ich kann nicht glauben, sogar in uralten Skeletten kramst du nach Gegenständen. Ah, genau an das Wimmelbild habe ich mich erinnert. Genau. Okay. Ja, daran erinnere ich mich noch. Das hier irgendwie. Oh, kann man. Das dritte Symbol. Ach komm. Also was ist das? Das war das Wasser-Symbol. Das war das Feuer-Symbol. Jetzt brauchen wir noch das Lebens-Symbol. Aber erstmal holen wir uns ein Kreuz. Was ist das hier? Eine Gold-Duklone. Und Skorpion. Und auch den hier, dieses kleine Viech. Eine Pergamentrolle. Ich hatte noch nie eine Pergamentrolle. Kupfer-Cage. Hatte ich auch noch nicht. Ach man, ich bin so unzeitgenössig. Ach so ein Anhänger und eine Umhang-Spanne. Was ist denn eine Umhang-Spanne? Und das war ein Anhänger. Eine Perlenkette. Eine Umhang-Spanne. Wo ich immer noch nicht weiß, was es ist. Mein Vokabodar ist für dieses Spiel nicht ausreichend. Hoch. Hoch. Okay, anscheinend war das eine Umhang-Spanne. und das eine Umgang. Wo war das Lebens-Symbol gleich nochmal. Ah. Da jemals. Das Zierkreuz. Ich hab doch schon fotografieren versucht. Ah, das ist oben. So, jetzt kleben wir das mit unserem Sofortkleber an die Wand. Sarah, ich habe einen Historiker aufgetrieben, der das Symbol identifizieren konnte. Es scheint sich um eine Variante des Templerkreuzes zu handeln, die aber so von keiner der bekannten Tempelhochburgen verwendet wurde. Die Templer wurden ja offiziell durch den Papst im März des Jahres 1312 aufgelöst. Das könnte bedeuten, dass sich in Bayern eine geheime Zelle gebildet hat. Und Ludwig hat sie gefunden. Das ist sensationell. Billings, wir haben in den Gewölben unter Neuschwanstein weitere Gänge gefunden. Sie sind wahrscheinlich nicht von Ludwig, sondern sehr viel älter. Wir haben auch ein mir unbekanntes Symbol gefunden. Ich habe ein Foto angehängt. Finde bitte heraus, was es damit auf sich hat. Gruß, Sarah. Okay, das... Es war der Templer-Orden. Äh, natürlich habe ich das die ganze Zeit vermutet. Ich wollte nur sicher gehen. Ja, natürlich, Herr Professor. Aber Spaß beiseite. Was wollten die Templer hier? Die Organisation der Templer wurde im 14. Jahrhundert vom Papst verboten. Anscheinend sind einige Ordensbrüder vor der Verfolgung hierher geflohen und haben einen geheimen Stützpunkt errichtet. Als Ludwig der Zweite die Ruinen als Bauplatz erkundete, muss er wohl auf diese Katakomben gestoßen sein. Das muss doch mehr als nur ein bloßer Zufall sein. Werden die Templer nicht auch immer mit dem Gral in Zusammenhang gebracht? Willst du damit andeuten, der Gral könnte am Ende doch hier sein? Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Sonst hätte Ludwig ihn doch sicher in die Gralskammer überführt. Das werden wir erst sicher wissen, wenn wir hier alles abgesucht haben. Nun ja, ich bin nicht unbedingt Fan von staubigen Höhlen voller Knochen. Ich muss schon sagen, du bringst nicht wirklich die besten Voraussetzungen für einen Kriminologen mit? Das würdige ich keine Antwort. Lass uns weitermachen. Okay, eigentlich wollte ich gerade irgendwas sagen, wie... Ja, dass die E-Mail schnell zurückgekommen ist, hat sich das wahrscheinlich so eine Sekunde angeguckt und dann kam plötzlich schon die Rück-E-Mail. Ach. Ach. Okay. Das Rätsel gibt es auch nochmal. März. Also Januar, Februar, März. Also müsste das ein 3 sein. Ja, das ist ja nie. So. Okay. 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 So, und jetzt brauche ich noch Ruh 3. Äh! Ha! Ich weiß, dass März der dritte Monat ist. Äh, mich kann niemand schlagen. Gibt es ja eigentlich noch irgendwas anderes? Eisenmeisel. Ein Diamant. Na klar. Stell dich auch einfach so in mein Dinges rein. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier ist noch irgendwas. Ah! Ah! Gegen unseren Brieföffner hat das Monat ein Morscheschloss. Sicher keine Schaden. Okay. Also auf 1 möchte ich nicht drücken. Aber ich muss auf 1 drücken. Das heißt ich versuche mal als erstes auf der 1 zu drücken. 4. Aber dann komme ich nicht mehr wieder dazu. Das war Absicht. Definitiv. In diesen Schädel klemmt hier ein Rubin. Dann nehme ich ihn raus. Ah, Ludwig's Zorgebuch. 27. Dezember 1886. Wir haben uns in unser Reich geflüchtet. Es war der einzige Ort den keiner meiner Neider kannte. Wir werden hier ausharren und unsere weiteren Schritte planen. Der Tod unseres Freundes hat uns tiefer getroffen als gedacht. Trotzdem hat er uns die Freiheit geschenkt, uns nunmehr voll unserer großen Suche widmen zu können. Oh weia. Ich springe mit jedem einzelnen Stein bis nur noch der Ordensstein genau in der Mitte übrig ist. Das war's. Das war's. Das war's. Soojel. Ich hab mich mal pok teammates. Ich will nicht mehr schlafen. Ja gut, der muss wenigstens nicht in der Mitte sein. Das Maragd. Was kommt als nächstes? Ein Saphir. Ich habe einen Diamant, einen Rubin, das Maragd. Jesus Suckerfuck wird entweder eine große Sensation hervorbringen oder mein Frühstück. Wir haben den Dietrich verloren. Scheiße, wir haben den Dietrich verloren. Das sind alchemische Symbole, die müssen auf irgendwas hindeuten. Ja, müssen sie wahrscheinlich. Was ist denn das für ein unrealistisches Feuer? Soll ich das fotografieren? So geht das nicht. So geht das nicht. So geht das nicht. Unmöglich. Aha. Aha. Unmöglich. So. Jetzt brauchen wir noch etwas aus der Wand nicht anscheinend. Ah, Edelstein. Äh, goldene Statue. Also wenn ich eine goldene Statue habe, wäre ich eine Schale. Also meine Matenärerin oder die Rüstungshandschuhe. Kamm. Das war eine gar... Oh. Das war eine gar... Hallo Ariel. Die Ade. Ein Feuersymbol. Goldring. Kaka laka. Goldring. 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 Und das sah nicht so golden aus. Aha. Mhm, 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 mhm. Okay, jetzt fehlt noch eins. Okay. Äh, wo... Saphir, habe ich doch gesagt. So, jetzt gucken wir uns mal an, als wir den Port überzogen haben. Ein Goldschatz. Alles prägefrische Reichsthaler aus den Jahren 1869, 71. Moment. Das könnte Teil der geheimen Zahlungen sein, die Reichskanzler Bismarck Ludwig aus dem Welfenfond zukommen ließ. Kein Graal, aber dafür Gold? Ludwig hinterließ doch einen riesigen Schuldenberg. Scheint, als hat er doch vorgesorgt. Vielleicht hat er diesen Schatz ja auch versteckt, damit seine Nachkommen genug finanzielle Mittel haben würden, seine Suche fortzusetzen. Könnte sein. Vor allem, wenn man die Botschaft in Betracht zieht, mit der Ludwig den Schlüssel erhalten hat. Wir sollten Ludwig sofort von unserem Hund erzählen. Du bist leise. Das hätte ich nie verboten. Der Schlüssel hat sie beide also in eine verschollene Grabstätte der Templer geführt. Nicht nur das. Ihr Vorfahr hat dort ein kleines Vermögen in Gold versteckt. Ich bin sprachlos. Versuchen Sie mir gerade zu sagen, dass es unter Neuschwanstein einen Goldschatz gibt? In der Tat, Sie sollten sich allerdings genau überlegen, was Sie damit anstellen. Offiziell existieren Sie ja nicht als Erbe. Und der Schatz hat inzwischen eine historische Bedeutung. Sie haben natürlich recht. Die Existenz dieses Schatzes beweist, dass mein Vorfahr nicht in jeder Hinsicht ein grenzenlos verschwenderischer und verantwortungsloser König war. Sie werden exklusiv die Story dazu schreiben. Damit kann ich endlich den Ruf meiner Familie wiederherstellen. Zu diesem Ziel werde ich den Großteil des Schatzes an Museen und für den Erhalt des Schlosses stiften. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ausgezeichnet. Haben Sie denn gar kein persönliches Interesse an dem Vermögen? Die Möglichkeit, Ludwig II. zu rehabilitieren, war schon immer mein oberstes Ziel und übertrifft daher jeden materiellen Wunsch deutlich. Und das alles dank eurer Hilfe. Ich bin euch zu größtem Dank verpflichtet. Nicht der Rede wert. Ich habe meine Story und der Professor noch eine Sensation. Mit einer kleinen Spende aus dem Fonds können Sie sicherlich auch mein Labor unterstützen. Meinen Sie nicht? Sie glauben gar nicht, was der Technikkram alles kostet. Ganz bestimmt macht er das, Professor. Ganz bestimmt. Ja, ich kriege Kredits. Das ist das erste Spiel, was es macht. Ja, Kredits. Übersteuerte Kredits. Also, was ist meine Meinung zu dem Spiel? Ich versuche mich halt zuvor das beste Wimmelbildspiel. Auch wenn es so leichte Probleme hat, wie... Einfach mal jedes Mal beim Starten die Audio-Einstellungen zu resetten und die Schwierigkeitsauswahl. Das kann man zwar wieder einstellen, aber es ist halt ein bisschen nervig. Da tendiert man eher dazu, Lautstärke-Mixer von Windows zu nehmen. Das ist... Des Weiteren habe ich hier irgendwelche Fehler gehabt, die ich im Grandspiel... Die ich beim ersten Mal spielen gar nicht hatte. Wie dieses komische Verpackte hin- und hergelaufen im einen Part. Das war irgendwie... Ja. Ganz viele Alexanders. Das war das Mysterium von Neuschwanstein. Das war das Bonus-Kapitel. Und vielleicht... Sind die Kreditsorgen, dann wären wir vorbei. Das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Besser als das, was ich da vorgespielt habe. Auf jeden Fall. Also... Ich habe auf Steam übrigens mal nachgeguckt, ob die Firma noch ein Spiel hat. Also... Ein weiteres Wimmelbildspiel, aber irgendwie... Nein. Keine Nachwürfe. Schade eigentlich. Hier sind die Sprecher. Vielleicht kennt ihr ja den einen davon. Das sind aber schön ziemlich viele Sprecher. Obwohl Barbara Gassner hat... ...anscheinend mehrere Leute gesprochen. Und Bert Stevens auch. Howard Allison... Ja, genau. Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie durch... Bayern. Ja. Bayern ist meine Lieblingsfirma. Definitiv. Und jetzt ist nur noch mein Mauszeilen im Bild. Wie bei guten alten 2009-Espreys. Und wenn wir schon mal hier sind... Dann können wir uns auch noch die Bonus-Anhalte gucken. Äh, Inhalte... Äh, 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 äh. Was, hier sind alle Charakter-Des... Was ist das denn? Tja, wer das ist? Keine Ahnung. Na, das hier ist wahrscheinlich das ursprüngliche Design von dem... ...Ludrich IV. Und das hier ist eindeutig Beatrix. Und Vaterkommissar mit unterschiedlichen Hüten. Ja, das ist Sarah. Was ist das? Wolfgang. Und... Und... Und das ist wahrscheinlich von... ...Gesko. Hier haben wir auch noch schöne Bildschirmhintergründer. Das Bild ist nie im Spiel so vorgekommen. Weil der Typ schon eher verreckt ist. Du? Also... Wenn ihr euch das Spiel wirklich bereit... ... dann könnt ihr auch was euch kaufen... ... und euch einen Bildschirmhintergrund machen. Das ist doch... Ja. Schön. Also als nächstes habe ich dann vor... ...Duck Parables weiter zu spielen. Keine Einwände. Ja, habe ich mir gedacht. Also, wir sehen uns... ...nächsten Projekt. Höfst. Ja. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020